so das sieht sehr hässlich aus hier na gut also die zwerge sollten arbeiten und derweil geben wir ein paar aufträge in die warteschlange und zwar werkzeug wie viel ist es nicht was wir da haben 1 2 3 4 5 stück bei zehn zwergen die werden sich darum prügeln das war das eine das behauptet herz der sprung ist auch geschafft okay nicht im voll plattenpanzer stimmt so also ihr arbeitet da unten weiter ein paar werden die zogen schmieden derweil mache ich das was ich immer mache schnee schippen oder leute dazu abkommandieren dass sie schnee schippen und das muss später alles bald werden die bäume muss ich unbedingt stehen lassen weil da kann ja kein schnee rauffallen ich muss nur noch rausfinden wie ich die wurzeln da hin bekommen also dass absichtlich da wurzeln auftauchen da das sind weizenkörner weizenkörner ungleich wurzeln aber ich teste mal was so tisch wie komme ich denn wurzeln vorbei nein das weg das weg das weg das weg das alles weg und das loch bitte freimachen so gut doppelgeschwindigkeit und nur ein zwerg arbeitet an den heiligen silberpickäxten also zwei zwerge hier kommst du kleines stummelbeiniges ding auf eine leite rauf so weg weg es hat immer noch keiner weizen angepflanzt du du pflanzt weizen an nein du 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 hast weizen samen dabei ja nee und dann tauchen oben die samen auf das ist aber nicht das was ich haben wollte können wir trotzdem auch behalten theoretisch können wir einfach alles hier voll machen damit also außer da wo bäume sind so sind bald unsere samen alle aber die müssten wir auch wieder bekommen oder also weizen nehmen da ein weizen halben bringt ein saal zwei samen gut also haben so unendlich viele samen und viel weizen das ist gut und dass es lange dauert bis die sprießen ist ziemlich egal und vielleicht ist das so eine art drei felder wirtschaft also wenn da auf einmal weizen angebaut wird und das weizen abgehackt wird dann ist der boden bereit dass da bäume wachsen können und es entstehen wurzeln vielleicht vielleicht auch nicht oh warte mal blätter damit kann man auch experimentieren wenn wir blätter nehmen und die irgendwo hinpflanzen was passiert dann nix es geht nämlich nicht okay ja ich werde jetzt auch ein bisschen mal mit den blöcken rum experimentieren soll habe ich vollkommen übersehen kann doch mal da vollkommen übersehen dass man wasserzappel platzieren kann was äh ja ne die problematik hier schon ein bisschen auflöst das bitte abbauen graben du weg die sehen nicht gut aus achso weil winter ist ne oberirdisch geht das gar nicht aber gehen die jetzt kaputt weil wenn nicht dann haben wir so einen permanenten schutz gegen den schnee sieht vielleicht nicht so super toll aus aber es geht genau äh portal portal weg mit dir weg mit dir weg mit dem allen hier da würde ich dich gern nicht nicht graben würde ich dich gern übernehmen äh hey ja so das dann muss auch weg so zu 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 das klettern ist echt gefixt sehr schön das hat mich so dermaßen genervt dass ich jedes mal wenn er irgendwo hochklettern sollte er befreien und wieder kontrollieren musste so geh weg und das ist auch ein sehr schöner fix wenn mit dem gegenstand auf dem anderen zwerg klickt dass er den platz macht genau du also fast immer wir hatten ein zwei ne nicht ganz so nette zwerge die uns seine finger gegeben haben die meisten machen das so wie er hier lässt sich ganz toll rumschubsen lässt sich laut helmchen auch rumschubsen Jo so du hau das weg warte mal wenn wir dich grad kontrollieren sollst du auch die besten sache haben du hast Silberspitzhacke noch nicht diesen Eisenachs Silberachs ok du hack instant weghauen mit der Silberbeke sehr schön weg so die beiden bleiben da die da oben müssen alle weg alles markieren markieren weg 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 so ja tüte das Hühnchen ist schuld am Welthunger so weg weg hier ist ein größeres Loch oh oh ja zählt echt als Kampf das könnte ein Easter Egg sein weil der Kampf gegen das ganze Grünzeug ist ja ganz schön garstig weil es halt überall spawnt dann haben sie jetzt einen Witz draus gemacht dass man wirklich gegen das Grünzeug kämpfen muss würde ich ihnen zutrauen also den Programmierern so du dein ja komm hier nehme ich das dann das alles weg warum hast du da nicht Sand dabei tu mach da zu 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 so machen wir hinter dir mal den Gang zu ne es macht keinen Sinn ich müsste mich echt ganz bis zum Ende durchkämpfen weil das ist so viel Ende geh mal runter wenn ich wollen würde könnte ich jetzt fliegen ne eh stopp so also dieser Bug mit dem Hochglitter dann rechts drücken vielleicht kann man so ja ganz ruhig gegen lang fliegen so du weg so wo ist unsere Standardhöhe da ok das ist nicht so schön ich komme hier glaube ich gar nicht raus nee komm nicht raus also muss das da weg das da oh Welle kommt nicht gut hier Portal geh nach Hause befreien X Welle kommt äh und da sind auch die Hol dabei diesmal ok Bum 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 wir haben diesmal keine Feuerpfeile und keine Silberpfeile und wir haben immer noch den letzten Bogen gebaut das sollten wir ändern so stipp 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 nicht die Nahkampions trink trink wo ist die Tür hin das ist ne Stahltür verdammt ah die machen von rechts mischen guerilla aktion genau schießt ihn in die Seite und da du musst was trinken rein trink was trink was trink ne nicht du was hat er grad so geknurrt nicht dass dieses komische gepanzerte Ding jetzt gleich auftaucht haha und die Weizendinger hier sehen ok aus die hier nicht sehr kurios das ganze gewisse Geschwindigkeit geht auf die Skelette zuerst die vor euch stehen und die Beholter sind wieder da soviel zu meiner Theorie dass die rausgenommen wurden wegen verpackt müssen wir mal gucken was die jetzt machen sie greifen an zaubern tun sie noch nicht aber angreifen müssen sie passen nicht durch Eingang breite perfekte Verweidigungsanlage ein mannsgroßes Loch weg 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 boah sind das viele wenn die irgendwas machen könnten außer drum rumstehen hätten wir echt ein Problem also wenn die jetzt Blöcke zerstören könnten zum Beispiel oder Zwerge hypnotisieren oder sowas in die Richtung töte mal oh 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 es war keine gute Idee dem Befehl zu geben F1 Trank für dich Feuerball für euch Busch Busch Halten wir euch in den Schacht dann können sie den einen umbringen äh Junge geh weg so Aha Busch du hättest gerne ein Steak was? Huntemata ja Huntemata ihr solltet nach Hause gehen hier oh instant alles tot so geht's auch ok einräumen kennt ihr ja schon weg 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 wir haben hier hinten ganz schönes Chaos hinterlassen das hier das würde ich gerne beheben Bauherde das hier muss alles zu oh warte mal können wir die wegbrennen nicht wirklich schade also ja es sind keine richtigen Gegner das ist nur ein Gag aber trotzdem wäre es ein cooles Feature also wenn man mit Feuerbällen Eis schmelzen und Bäume in Brand stecken und so könnte Feuer ist sowieso eine ähm interessante Sache die sie einfügen könnten aber Verhalten von Feuer zu programmieren können schwierig werden wo laufen die eigentlich alle hin? achso Jedi töten ja Baba Schwert Schwert oh apropos Schwert wir wollten die tollen Schwerter bauen also diese Gold, Mitril, Stahl, was auch immer Schwerte das sind äh da das da Jatagan achso dafür brauchen wir Mitril und dafür müssen wir tief, tief runter so tief wie Zwerge gerne buddeln buddeln F2 komm ich brauche jetzt einen freiwilligen Zwerg der jetzt hier ein Loch rein schlägt oh 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 das ist aber nicht wieder das komische Amadellu Ding oder? ne ok na komm pfff sind die jetzt wieder verpackt einer schläft Rest ist irgendwo ah hier hinten wir gehen zu Fuß was zur Hölle du wille Zwerg nein geht da rein na gut dann läufst du da jetzt hin selber schuld kannst du unterwegs noch ein paar Sachen heile machen wie das da und irgendwas ist mit der Kamerverfolgung nicht ganz gut der ist so am zuckeln so weg weg wohl das können wir auch verteilen so alles markieren zing markieren so ab hier geht's los wir bräuchten das Eis hier weg sorry hm dazu Schlaf muss sterben steht im Weg stirb zu 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 alles zu äh nein du kannst nicht ein Feld füllen dem du selber drin stehst so hierzu töten töten au 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 töten 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 und das ist der nächste Block von weg 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 so das bitte weg solltet ein Zwerg eigentlich abholen das Eisen und Kohle und was weiß ich das sind ja das ist der erste Mal so du wirst da du wirst du wirst 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 wirst